Jo, was geht? Nix, bei dir. Ja, nix besonders. Ich hab irgendwie in letzter Zeit das Gefühl, dass mir andere uns Sachen entwendet werden, aber sonst passt's. Und bei dir? Fast nicht Silvester, oder was? Doch, doch, aber nachher hinter dir ist ein Typ. Ach so, okay. Was hinter mir? Ja, der klaut da grad was. Scheiße. Der hat dir da ein Ding. Ja, ne? Der ist weg. Was ist der? Ja. Mein Witcher-Ding, meinst du? Ja, da hinten ist der Predigium. Was? Egal. Ich hab's dabei gelaufen, Mann. Alles klar. Okay. Jetzt, 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 jetzt. Guck, guck, guck. Guck hinter dein Sofa. Ist nix. Naja, auf jeden Fall komisch. Ja, ich, äh, schau mir das mal an. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend, ne? Dann geh ich gleich vorbei. Jo, ciao. Also, ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn man das Wort Papperlapapp zu oft sagt und voll oft hintereinander sagt, dass es dann total beschränkt klingt. Pass auf, ich geb euch mal ein Beispiel. Hör dir mal gut zu. Papperlapapp. 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 Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, 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 sie ist so eng, ne Schuhe nicht gewöhnt. Na, was ist denn bei euch los? Hilfe, Kuscheltier. Was geht? Was ist denn los bei euch? Was geht? Ah, nur, sie haben irgendwie... Was ist denn los? Was ist denn los? Merkwürdig hier. Pappalapapp, Pappalapapp, Pappalapapp. Und da sprach der Herr zu mir, du bist der Geister, und ich hab's und hätte zurück, dein Geister. Wollt ihr mal einen geilen Witz hören? Ja, ja. Aber der ist echt, der ist echt bombe, was auch. Was hat acht Arme, lebt unter Wasser, und ist schwul? Ein Tundenfisch! Ein Tundenfisch! Hier gehen voll komische Sachen vor. Ich hab auch andauernd das Gefühl, mir wird irgendwas entwendet oder so. Vielleicht spuckt sie oder so, keine Ahnung. Machst du so, Silvester? Ähm, naja, ich kenn halt so einen Kumpel, aber der ist auch lange lang. Was ist der? Ja, ja. Ähm, ja. Pappalapapp, 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 Pappalapapp. Nee, voll geil. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Intro Pappalapaap, Pappalapappass was komisch ist. Ich verliere andauernd irgendwas. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Vielleicht spukt es hier oder so. Was macht ihr an Sylvester? Geil. Ich muss aber hier so auf der Nase oder so. Nein. Nein. Okay. Witcher? Witcher? Scheiße, wer so klingt. Ja. Pappala Papp. Pappala Papp. Pappala Papp. I'm nerds. Nerds. I nerds. For some farts. Nerds alerts. We have some nerds alerts. We have some fucking problem and we have some nerds alerts. Hahahaha. 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 Der war gut. Hahahaha. Was? Ähm. Da ist auf Schnee, San Tropez. Ich kann nicht mal das ABC. Mama sagte er damals schon, mach was aus deinem Leben, wenn du hast es doch nicht nötig in die Chance zu stehen. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte einen anderen Beruf. Die Hälfte meiner Arbeitszeit sind sich gelangweilt. Abruh'n! Ja, ich hab dir etwas gelernt. Und dachte ich, das ist jetzt Sinn. Muss meine neue Wohnung kaufen, weil ich meine letzte nicht. WENT! Erlebt! Erlebt! Ich hab mich gerade fast eingeschissen. Echt? Wir haben gedacht, das wäre eine Puppe neben dir, Alter. Alter! Boah! Boah! Alter, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, Alter! Ich hab mich fast eingeschissen, Jo! Ohum! Danke, das war's mit dem Video. Ade bleibt schick. Das war's mit dem Video.